Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Nähtutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr perfekte Saumabschlüsse bei dünnen Stoffen wie Chiffon, Viskose, Crepe oder ganz feiner Seide einfach mit eurer Nähmaschine umsetzen könnt. Feine und flutschige Stoffe bringen die meisten von uns regelmäßig zur Verzweiflung. Gerade für Anfänger kann diese Herausforderung sehr frustrierend sein, daher zeige ich euch hier ein paar einfache Tipps, mit denen euer nächstes Nähprojekt garantiert gelingt. Für dieses Tutorial benötigt ihr keinerlei Spezialzubehör, sondern nur eure handelsübliche Nähmaschine und den Standard-Nähfuß. Lasst uns loslegen mit einer ganz einfachen Technik und einem Saum, den sicherlich jeder von euch kennt, dem sogenannten doppelten Umschlagsaum. Bei dünnen Stoffen wie zum Beispiel diesem Stück Chiffon ist es nicht so einfach den Stoff doppelt einzuschlagen und in einem Rutsch zu vernähen. Daher machen wir das heute in zwei Schritten. Wie bei fast jedem Nähprojekt gilt das Sprichwort, gut gebügelt ist halb genäht. Ich nehme mir hier ein Stück Stoff und bügle zunächst ca. 1 bis 1,5 Zentimeter auf die linke Stoffseite, also den Teil, der später innen ist. Nutzt hierbei bitte keinen Dampf, denn Chiffon kräuselt sich ansonsten. Stellt das Bügeleisen auf ein bis zwei Punkte, also eine Temperatur für synthetische Stoffe. Nun wählt an eurer Maschine den normalen Gradstich aus und stellt die Stichlänge auf 1,5 bis 2 Millimeter ein. Zudem könnt ihr die Fadenspannung ein wenig verringern, damit die Naht schön glatt wird. Ich würde euch hier auf jeden Fall das Einsetzen einer Mikrotexnadel der Stärke 60-70 empfehlen, denn diese ist für dünne Stoffe ausgelegt. Beim Garn solltet ihr nach Möglichkeit einen zur Stofffarbe passenden Farbton auswählen und eine Fadenstärke von 100 oder 120 benutzen. In der Regel gilt, je höher die Angabe der Fadenstärke, desto feiner ist das Garn. Startet bei dünnen Stoffen immer etwas weiter innerhalb des Stoffes und nicht direkt am Rand. So verhindert ihr, dass der Stoff in die Stichplatte eingezogen wird. Gerade wenn ihr wie ich eine Stichplatte mit ovaler und breiter Öffnung eingesetzt habt, ist dies besonders wichtig. Näht nun ca. 1 Millimeter parallel zur Bügelfalte mit eurem Gradstich. Wie ihr seht, hat mein Nähfuß von Pfaff praktischerweise eine rote Linie aufgedruckt, die ich als Richtlinie verwenden kann. Sobald ihr den Stoff abgenäht habt, benötigt ihr eine kleine Stoffschere und schneidet die Nahtzugabe so knapp wie möglich ab. Nehmt euch hier für Zeit, denn es ist wirklich ärgerlich, wenn ihr in die untere Stofflage schneidet. Nun schlagen wir den Saum nach innen um und heften ihn mit Nähklammern oder Stecknadeln fest. Ich nähe nun erneut über die Saumkante und das möglichst knapp am Rand. Unser erster Saumabschluss ist fertig. Ich habe den Saum hier nochmals mit dem Bügeleisen bearbeitet, damit die Kanten sehr flach und glatt liegen bleiben. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Tutorial gefallen und ihr könnt damit jede Menge tolle Projekte umsetzen. Damit ihr das nächste Video nicht verpasst, könnt ihr gerne ein Abo dalassen und ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben. Falls ihr weitere Ideen für neue Videos habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal!